Herzlich willkommen in diesem neuen World of Warship News, der liebe Kätzchen ist auch da. Hallöchen! Servus! Ihr seht schon richtig, die idyllischen Zweig wurde angekündigt und ich hab, sag mal, wir haben schon mal ein bisschen, wer hat das schon mal reingeguckt? Ihr werdet gleich sehen, meine Begeisterung ist eher unter der Erde und deine Begeisterung ist? Ich sag mal nur so, sie sind interessant, die Schiffe. Interessant, genau. Wie gesagt, wir stellen die Forschungsschiffe vor und die Premiumschiffe tun wir in separate Videos dazu vorstellen, sonst wird der Video ein bisschen sprengen. Natürlich gucken wir uns mal alle Schiffchen an, optisch, wir sagen, sind die relativ sehr interessant und geschichtliche, natürlich könnt ihr euch das genau in Ruhe angucken. Es ist sehr interessant, wir haben kurz darüber gesprochen, was schön halt ist, die haben das geile SAP und keine AP. Das ist etwas, was positiv an den Schiffzweigen, was gut ist, was sein, so gut es ist. Naja, wie fangen wir T2 an? Was hat denn der 2A? Ähm, der 2A, eine sehr kleine Reichweite. Ja. Okay, aber jetzt erstmal normal, der hat halt 8900 HP. Na, das ist Standardwert. Ähm, ja, Standardwert, 6mm Beplattung. Ja. Und dazu noch... Relativ wenig. Ja. Der hat 2x202mm Kanönchen mit 5,8km Reichweite. Ja, das ist schon mal richtig geil. 5, knapp 6km, ist das schon fast T1 Stufe schon. Naja. Jetzt guckt, jetzt muss man aber warten. Bei 5,8km könnte man ja denken, okay, die haben keinen Tarnwert. Ja, aber... Und dazu kommen wir gleich noch. Ja, genau. Wir haben hier eine HE-Dapage-Wert von 1450. Immer die komischen Kruppzahlen immer, verstehe ich nicht, aber wo gebe ich nicht. Wir haben einen DEX, also mal HE-Durchstagskraft, haben wir 17mm, kann wir durchschlagen. 6% Brandsternigkeit, 850m pro Sekunde haben wir. Und das ist natürlich das geile SAP, haben wir das gute Kreuzer-SAP oder Schlachtschiff-SAP? Hm, sieht eher wie das Kreuzer-SAP aus. Das ist schon mal geil. Kreuzer-SAP, das Beste, was es gibt. Kreuzer-SAP, kompletter Müll. Kannst du dir eine Pfeife rauchen. Wir können bis 30mm Deck von Panzern durchschlagen. Und hier haben wir genauso geflogen. Ich finde, ich kann nicht klingen, das ist so schnell. Aber das Reload ist richtig gut. 5 Sekunden, das ist schon mal relativ angenehm auf T2. Weil, wie gesagt, wir sind auf T2, eigentlich, die Schiffe, müssen wir eigentlich, Video eigentlich ab T5, schon eigentlich schon anfangen. Aber das T2, könnt ihr, wenn du mal die Leute hier, könnt ihr auch ruhig ein bisschen überspringen. Deswegen. So, äh, dö, dö. Für eine 180-Grad-Drehung brauchen die Türme 18 Sekunden. Ja, deswegen. Und sie haben eine Maximalstreuung von 59 Metern, also ein Signal von 2.0. Ja, das ist sehr gut. Und wir haben einen Torpedos, 2x3, 450 Millimeter. Das ist aber eine sehr ungewöhnliche Zahl. Hm. Ähm, das ist erstmalige 450 Millimeter. Das sind die kleinen Torpedos, irgendwie. Äh, sehr kleine Torpedos. Die sind sehr klein. Also, ich kenne 300, äh, nicht 300, äh, 533er sind die normalen. Ja, deswegen. Außer die Japaner, die haben die 600 Zehner. Ja, deswegen, das ist eine sehr interessante, ähm, Torpedo-Durchschlag. Naja, wir haben hier 6, ähm, ich wollte schon 61... 6.133 Schaden, 6 Kilometer Reichweite und einer Geschwindigkeit von ca. 48 Knoten. Yay! Ich wollte aber, ich wollte eigentlich gerade sagen, 61.000 Schaden, sage ich mal. Das, das wäre schon schön. Das wäre, wo ich sage, ich wollte schon, deswegen, ja, nee. Ähm, 48 Knoten, das ist erschleichenden Tod. Redo, 55 Sekunden, knapp Minuten, Nachleihzeit ist so angenehm. 180 Grad Drehungen sind bei 7,2. Bei Aufmerksamkeit Reichweite sind wir bei 1,1. Flugkapelle, tritt kein Schwein. Wir haben hier eine gespeedliche Geschwindigkeit von 32, das ist sehr angenehm. Eine komplette Schiffsdrehung haben wir, sind bei 470 Metern. Ruder-Stellzeit ist schweinegeil. 2,3, das ist ordentlich. Tarnwert von 6, yay! Und jetzt Tarnwert von 6 Kilometer. Und jetzt erinnern wir uns mal ganz kurz an die Feuerreichweite. Wow! Von 5,8 Kilometer. Wow! 100 Meter Unterschied, yay! Das wird noch besser. Ja, die sehen ja schon der T3-Schiff schon, deswegen. Naja, Tarnwert ist, wie gesagt, wir sind auf T2. Also, zur Luft gehen wir dann halt auf 2,4 Kilometer auf und nachdem wir halt im Smoke die Männens gefeuert haben, gehen wir bei 2 Kilometern auf. Aber wir haben noch gar keinen Smoke, wir haben jetzt nur das Reparatur-Kit. Genau. Wir verlassen jetzt T2, jetzt kommen wir Richtung T3. Wie gesagt, wir haben hier 10.300 Lehm, 6 Millimeter Dexpern, nochmal 6 Millimeter. Aber was ich nicht verstehe, warum wird hier nicht genau gesagt, wo die 6 Millimeter sind immer. Hier steht ja per Plattung nur 6 Millimeter. Ja, dann könnte es eine komplette Plattung sein. Ja, also 6 Millimeter, weil unter, also ihn würden sie wahrscheinlich nicht nehmen, weil 1 Millimeter und das soll dann noch stimmen und halt vielleicht noch was abhalten. Ja, 6 Millimeter. Das Ding ja, die Plattung, ich frage mich die ganze Zeit, welche Plattung überhaupt, weil du hast ja überall unterschiedliche Schiffsplattungs-Millimeter-Anzeige, ja. Da würde mir gefallen, welche Plattung die genau meinen, vorne in der Schiffsspitze oder Mitte oder der Schiffsrumpf nur. Aber wir haben jetzt 2 x 2, 120 Millimeter mit einer Feuerreichweite von 6,1 Kilometer. Yay! Und eine High Damage von 1.700, wir können 20 Millimeter Dexpern durchschlagen, wow, 3 Millimeter mehr, geil, dafür eine Brandschwindigkeit weniger, Nussgeschwindigkeit ist gleich geblieben, lol. Aber dafür ist der SAP Damage von 2.600 gestiegen, wir können jetzt 34 Millimeter von 30, wow. So, wir haben 6 Sekunden Reload, wir haben jetzt 1 Sekunde mehr bekommen, das macht die Kohle nicht fett. 180 Grad drehen wir uns immer bei 80 Sekunden, eine Streuwert von 60 Metern und ein Sigma-Wert von 2. Wir haben hier diesmal 2 x 3, die 533, diesmal nicht so komische 450 und eine Maximal-2-Pilot. Die Damage-Zahl, die ist schön, 7333. Ja, Schnapp-Zahl. Ich frage mich, ja, wieso, OpenSumer hab ich gefühlt, WoGaming, nehmt so ein Würfel, Würfel die Zahlen aus, die Zahlen... Ja, ich frage mich echt, wie die auf komische Zahlen kommen. Super ist Zeit, die haben einen Super ist Zeit im Generator. Ja, das glaube ich auch. Ach komm, welche Zahlen könnt ihr nur Torpedoschaden machen? Naja, 8 Kilometer Reichweite, haben wir mit den Torpedos, 51 Kilometer schnell, yay, schleichender Tod, 61 Sekunden Reload, 180 Grad Drehungen sind bei 7,2, eigentlich die, die Tür, die Torpedo-Anzeige brauche ich eigentlich nicht mehr sagen. Wir haben eine Aufdeckungsreichweite von 1,1 Kilometer, Flugabwehr, Trisswit kein Schwein, da sind wir bei 2,5, Trisswit eh kein Wumpitz. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 35 Kilometern, eine komplette Schiffdrehung bei 500 Meter, Ruderstellzeit von 2,7, Talwert von 6 Kilometer, wow, oder Aufdeckungsreichweite von 2,4. Das ist das einzige Schiff, wo du 200 Meter mehr Feuerreichweite hast, als du aufgehst. Wow, aber wie gesagt, die Begeisterung hält bei mir sehr im Krebsen. Wir haben hier jetzt Damage-Gefull-Party und wir haben den Nebel generatet, was die Paulo Mio jetzt besitzt, ja. So, jetzt gehen wir Richtung von T3, natürlich dann zur Richtung T4, wir wollen nicht so weit gehen. So, der T4 hat jetzt 10.900 Leben, 10 Millimeter Dexpanzerplattung jetzt, immer noch. Wir haben 600 HP mehr gekriegt, 600 HP mehr gekriegt und 4 Millimeter Beplattung mehr gekriegt. Ja, und dazu noch 2x2, 120 Millimeter, kannst du mit 6,2, yay. Und wir kommen natürlich mit T4, kommen wir auch bis auf T5, T6 auch. Jeder, die, 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 die Zerstörer oder Kreuzer kriegen genannte mehr Reichweite. Die, die Gans sind dieselben wie beim Dreier. Ja, so großen, höchsten. Du hast, wir haben halt jetzt eine Sekunde weniger Reload noch. Ja, also, die Spreuung, die Gans sind die komplett dieselben von Werten, bis auf den Reload. Nee, die, die der Streuwert ist, um einen Meter höher lang. Er hat immer noch ein Sigma von 2,0. Äh, deswegen, so, wir haben, so, wupp, wir sind fast alle gleich geblieben. Geschwindigkeit sind wir bei 33 Kronen, wir haben Geschwindigkeit verloren, ist ein bisschen schade. Eine komplette Schiffsdrehen, wir haben jetzt 10 Meter mehr bekommen. Rudelstätsel sind wir bei 13, äh, bei 13, nein, bei 3 Sekunden. Einen Tarnwert haben wir Stockwert von 6, 6 Kilometer, wow. Wir haben jetzt eine volle Reichweite von 6,2, wow. Genau, auf 6 Reichweite sind wir bei 2,4. Wir haben jetzt hier, wenn wir im Nebel sitzen, natürlich 2,1 gehen wir auf. Wir haben hier natürlich das Gleiche, was die Palomie auch hat, so große Änderungen gibt's nicht. Wir kommen dann zur Richtung T6 langsam. Hier 5. Also bestimmt, ja, T5. Und jetzt können wir sagen, ab hier haben wir jetzt weniger volle Reichweite als auf 6 Reichweite. Genau, wir sind natürlich auf T5, haben wir jetzt 13.400 Leben, 6 Panzerung, haben wir jetzt 10 Millimeter, hat sich nicht viel verändert. Die Reichweite hat sich ein bisschen erhöht, die ganzen sind gleich geblieben, nee, wir haben Geschwindigkeit verloren. Und wir haben, äh, mehr Damage ein bisschen, ja. Ein bisschen benäht. 50 mehr Damage beim HE und 150 mehr beim AP, äh, beim SAP. Genau. Und dafür haben wir jetzt immer noch die, ähm, 2x3, was wir, ähm, vorher auch hatten. Dafür ist jetzt, was ist das für eine komische Zahl schon wieder? 9.067 Schaden bei den Battedos, mit einer Reichweite von 10 Kilometer, einer Geschwindigkeit von circa 56 Knoten und einem... Einer Reload-Zeit von circa 65 Sekunden. Genau, und auf Decksteil. Und auch, die gehen wieder auf 1,1 Kilometer auf. Flughafter interessiert kein Schwein, aber der Geschwindigkeit ist kein 38 Knoten schnell. Wow. Das ist flott. Das ist überschnell. Mit knapp 600 Metern Wenderadius, also 590 Meter Wenderadius. Naruda-Stellzeit, die ich mich echt freut, von 2,5 Sekunden. Und Tarnwert. Aber Tarnwert von 7,1. Juhu. Wow. Wir gehen fast 1 Kilometer, also wir gehen 1 Kilometer minus 300 Meter, also 700 Meter eher auf, als wir feuern können. Und natürlich, unsere, und das ist richtig beschissenes, unsere Flugabwehr ist bei 2,5 und wir gehen bei 2,8 schon auf. Geil. Die Gegner musst du wirklich so spielen wie die Paolo Emilia, du gehst auf, smogst deinen Generator, fährst auf den Gegner hinzu, drobst den links, drobst den rechts, ah ne, drobst den links. Und, schluss werden, das ist ja vielleicht. So, wir gehen dann zur Richtung nach Tier 6 langsam. Upp, nicht so weit. Tier 6 hat das 14.300 Leben, 16 Millimeter Dexpanzung, 1, das lese ich wirklich, 1x1? Einmal 1. Einmal 1? Ja. Einmal 1. Wir haben einen einzigen Hauptbewaffnungsturm mit einer Reichweite von 6,7 Kilometern. Äh, what? Juhu. Warte, ich muss mal ganz kurz das Schiff angucken. Äh, ganz, was? Wie gesagt, wir haben nur unsere 10 angucken, nicht die restlichen Schiffe. Ja, wir haben einmal 1. Obwohl, auf dem Bild ist das 1x2. Ah ne, doch, wir haben einmal, wir haben ganz vorne haben wir einen Zweier und in der Mitte haben wir einen Einser. Geil. Naja, wie gesagt, wir haben eine Vollreichweite von 6,7. Das ist beschissen. Die Werte sind, glaube, wie, ne, die Mindestgeschwindigkeit ist schneller geworden. Von, ah, 840 auf 950 Meter pro Sekunde. Und der, ähm, der Damage ist soweit gleich geblieben. Der Damage ist gleich geblieben, der Reload ist gleich geblieben. Und jetzt kommt halt nochmal für die Main-Gun vorne, also für die 2x2. Ach stimmt, ja, hier sehe ich auch gerade. Und da ist dasselbe halt wie oben beim 1x1er. Stimmt, wir haben jetzt... Wir haben es wieder. Ja, wir haben jetzt für unsichtliche Batterien jetzt, okay. Wir haben wieder die, den 2x3 500 Millimeter Torpedos mit einem maximalen Schaden von 10.000. Wow. Von 10.000 Damage. Aber diesmal eine gerade Zahl. Mhm. Aber 56 Kilometer von, ich glaube 56. 10 Kilometer, 56 Knoten, äh, Geschwindigkeit und einer Reloadzeit von 70 Sekunden. Aber ich kann schon mal euch mal spoilern. Die 56 Kilometer und Knoten behalten wir auf Stufe 10. Yay. Juhu. Juhu. Aufdecksreichweite sind wir mal. Hm? Die, ja, Aufdecksreichweite bei den Torpedos sind wir bei 1,1 Kilometer. Klar, bis jetzt sind, glaube ich, alle gleich geblieben, oder? Ja, die sind alle gleich. Okay, wollen wir eigentlich das nicht mal sagen. Flugamt, wer interessiert ihr keinen Schaden? Nö. Aber Geschwindigkeit. Wir haben jetzt mal einen Speed von 38 Knoten, einem Wenderadius von 570 Metern. Der ist wieder besser geworden. Dafür haben wir jetzt eine Ruderstellzeit von 3,6 Sekunden mit einer Aufdeckreichweite von 7,1 Kilometer. Das heißt, juhu, wir gehen wieder eher auf, als wir schießen können. Das Problem ist, auf Stufe 6, wenn du Teise kommst, auf Stufe C, äh, nicht Stufe 10, Stufe 8 Teise. Selbst die Stufe 8 Zerstörer können dich so leicht schon spotten, das ist schon unter Edus schon. Ich weiß, ich weiß, ich, von den zwei Knoten... Im schlimmsten Fall kann dich sogar der Russe eher spotten, sehr oft. Ja, das kann ich überhaupt dazu noch. Der Russe kann dich eher spotten und der Russe kann dich eher beschießen. Und du musst erst mit deinem Russe erstmal rankommen, mit einem Stockkapitän noch. Ja. Also Besitz, es hält sich alles in Grenzen. So, wir kommen dann zur Richtung T7, das wird langsam, ab da wird es dann langsam interessant. Erstmal ein bisschen weiter, nicht so weit runter gehen, das ist schon mal T8, schon mal. T7 hat es 15.100 Labeln, 16 Millimeter Deckspanzerung, wir haben jetzt hier 3x2, 120 Millimeter, ganz und es klappt 7 Kilometer Reichweite. Yay. Die, 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 oh, diesmal haben wir jetzt, wie gesagt, 3x2, wir haben keine zusätzliche Bewaffnung mehr bekommen. Es ist zwar alles gleich geblieben, Torpedo-Schwein ist auch gleich geblieben. Torpedo-Aufdeckung ist gleich geblieben. Es ist fast alles gleich geblieben. Komplett gleich geblieben, EA interessiert ihr keinen Schwein. Der Speed sind wieder 38 Knoten, Wenderadius diesmal von 610 Metern, die Ruderstellzeit wieder von 3,6, die Aufdeckreichweite wieder von 7,1. Ganz, ganz ehrlich. Die Aufdeckreichweite mit in der Luft ist um 100 Meter gestiegen und, ja. Ja, ganz ehrlich, die 6,7 sind fast identisch, es gibt keine Unterschiede. Es ist fast 1,2, das heißt, es gibt keine Unterschiede. Außer halt, dass du halt beim, der 6er ist fast wie die Vorstufe von 7, würde ich fast sagen. Aber es gibt keinen Unterschied. Aber mehr hast du jetzt auch nicht. Deswegen höchstens der Streuwert ist ein bisschen hochgegangen, auf 1 Meter gestiegen. Das war's. Kann man sagen, wenn ihr auf Stufe 6, auf Stufe 7 kommt, merkt ihr keinen Unterschied. Aber zum 8, da wird's anders. Ja, geil, jetzt kommen wir Richtung Stufe 8, da gibt's ja schon langsam Richtung geile Sachen. So, Stufe 8 hat eine 16.700 Lebedeckse- und Panzerungswert von 19, 3x220 Millimeter Gang und eine Feuerreichweite von 7,1 Kilometer. Ja, juhu. Es sind soweit als Gleichgewicht, außer... Wir haben 4 Sekunden. Wir haben jetzt 4 Sekunden Reload. Ah, der Rest ist der 12. Nee, Reichweite ist erhöht worden, auf 12. Und dazu noch, wir haben jetzt 2x4. Reichweite auf 12? Ja, 12. Der 8er hat eine 12er und hat jetzt 2x4. Vorher hatten wir 2x3, jetzt haben wir 2x4. Ach so, Torpedos. Ja, die Torpedos haben eine Erhöhung bekommen. Dafür haben wir aber auch eine höhere Reloadzeit bei den Torpedos um 20 Sekunden. Nein, deswegen. Reichweite, Flugabwehr, ist eh kein Schwein. Wir haben Knoten mehr Geschwindigkeit. Wir sind jetzt bei 39 Knoten Geschwindigkeit, ein Wenderadius von 650 Metern. Ach. Eine Ruderstellzeit von knapp 4 Sekunden und eine Aufdeckreichweite von 8,2. Yay, auf das... Das heißt, wir haben jetzt 1 Kilometer und 100 Meter gehen wir eher auf, als wir schießen können. Geil. Also, wie gesagt, bis jetzt, wo die das Video uns anguckt, sind unsere Begeisterung. Aber mit dem TL8er haben wir was richtig Schönes dazugekriegt. Yay. Wir haben jetzt den Motorboost dazugekriegt. Wie angesprochen, im Grunde, das ist der Motorboost, was die Paul Emilio auch besitzt. Und das ist Grunde, das ist die Fähigkeit von Paul Emilio, bei den italienischen DDS jetzt hier eingeflossen wird. Ähm, vorab schon, die Gans, ich sag'n, ähm, die Feuerpower von den Gans find ich schon geil, aber die Reichweite ist einfach nur beschissen. Also, jeder auf Stufe 8, du bist jetzt ein Stufe 8 Schiff, was auf Stufe 10 kommt. Und jeder andere Idiot, beschissenen Zerstörer kann dieses Ding aufmachen und du stehst da als letzten Depp, er fährt einfach aus seiner 7 Kilometer Reichweite raus. Nur mit Skates kannst du Reichweite erhöhen noch ein bisschen. Und das war's. Was war das? Was ist was? Das ist eine reine, das soll anscheinend eine japanische Zerstörerzweig sein. Also, mal mit, nur mit Torpedos arbeiten. Entweder das oder es sind Kamikaze, Zerstörer. Das hat schon, die haben wir auch schon gesagt, schon auf OPEC, hab ich schon bei den Zehner gepostet, der meint auch schon, Rampflagge drauf und ein Kipi. Wie gesagt, ähm, also bis jetzt ist es eine Ernüchterung noch. So, wir gehen bis rein. Dann kommen wir zum Neuner, der hat 21.800 HP mit einer 19 Millimeter Beplattung, 3x2, 135 Millimeter Gans. Das ist besonders. Mit einer Feuerreichweite von 8,5 Sekunden. Das Besondere ist, wenn ihr euch das Bild anguckt, der Neuner erinnert euch an ein anderes russisches Schiff. Dreimal dürft ihr raten, welches. Taschken. Richtig. Yay. Als meiner Lieblings, äh, meiner Lieblings-Rosenzerstörer. Und jetzt gucke ich mir die Reichweite an und denke mir so, ach du Scheiße. Ja, aber wenn ich übersehe, dafür, wir haben jetzt hohen Kaliber bekommen, wir haben jetzt hier 1.950, wir können bis 320 Millimeter Deckspanzung durchschlagen. Wir haben jetzt 9% Brandfähigkeit für den hohen Kaliber, vor allem, vor allem jetzt die hohe, die schnelle Geschwindigkeit von den Granaten, 875 Meter pro Sekunde. SAP Dapage von 3,5, 15.000 und wir können bis 38 Millimeter Deckspanzung durchschlagen. Deswegen, dafür ist Reels hochgegangen. Wir haben jetzt hier immer noch 4x2 Dapage hochgegangen von 12.660 Schaden. Wir haben jetzt eine Reichweite von 12. Wie gesagt, die Geschwindigkeit ist gleich geblieben. Flughafen ist immer noch beschissen. Wir gehen auf, wenn wir uns Flugzeug und Spotten gehen wir auf. Die Geschwindigkeit ist bis jetzt auch noch alles gleich geblieben. Was hier etwas verändert wurde, ist eigentlich nur, wir haben ja eine Reichweite bekommen, wir haben ja das andere ganz bekommen. Das Schiff ist größer geworden, deswegen haben wir einen größeren Drehkreis. Wir haben eine höhere Ruderstellzeit. Gehen halt auch ein bisschen eher auf bei 8.8. Ja, mit Teilungsmaß. Immer noch besser als die Taschkind. Ja, aber wenn ich überlege, aber ganz ehrlich, mit 8.8 und mit die, okay, wenn du gerade, wenn ein Zürcher gerade nicht aufpasst und er fällt in dir rein, du hast 6 Sekunden Reload, du kannst mit Skills und einbauen, kannst du den Skills und mit Reload noch ein bisschen drücken noch. Aber, ganz ehrlich, die Reichweite, kannst du sagen, was willst du, ist es einfach nur beschissen. Auf was kommst du denn eigentlich, wenn du uns, wenn du insgesamt auf Thanos gehst, also mit Einbauten und... Du musst mit minus 3 rechnen, ich glaube, minus 3 Kilometer, glaube ich. Okay. Also auf 5, 8 dann? Nee, nee, nicht so ganz. Also zwischen, ich glaube, zwischen 3 oder, ich glaube, zwischen 2 und 3, zwischen 3 Kilometer oder 2 Kilometer musst du schon ungefähr der Ranz schon abziehen. Okay. Sagen wir dann so, du kommst ungefähr auf 6,8 Kilometer. Mal 10, ich würde sagen, circa um den Dreh. 7 Kilometer. Knapp 7 um den Kilometer. Ja, ich würde sagen, 1,6 würde ich sagen, so ungefähr um den Dreh. Deswegen, du gehst ja, wenn du, doch, wenn du ein Schlachtschiff hast, wenn du die Motelle hast, 16 Kilometer, kommst du jetzt auf 14 Kilometer. Deswegen, ja. Du musst ja ungefähr 2 Kilometer ungefähr, Pi mal Daumen abrechnen, ja. Du kommst ungefähr auf, glaube ich, 6,1, glaube ich. Pi mal Daumen, ja. Aber so genau weiß ich nicht, aber deswegen. Aber wie gesagt, Naja, sie sind interessant. Ja, jetzt kommen wir Richtung Landstuhlstufe 10, der letzte 2, der Abschnitt. Der 10er besitzt 26.800 Leben, Deckspanzer von 19 Millimeter, eine, wir haben jetzt hier 4x2, 135 Millimeter und eine volle Reichweite von 8,5 Kilometer. Jeder Zerstörer hat Respekt von dir. Yeah. Und die ganzen sind fast dieselben geblieben, nur halt, dass wir jetzt wieder eine Sekunde Reload verloren haben. Nee, wir haben, wir haben, wir haben, wir wollen sagen, stimmt ja, wir haben jetzt auch 5,5 Sekunden. Wir haben 5 Sekunden jetzt. Ja, wie gesagt, viel, es hat sich kaum was, es ist wertmäßig hier kaum was verändert. Höchstens der Torpedos haben wir halt 13.900 Schaden jetzt mit 13,5 Kilometer Reichweite. Ich finde, wir sind immer noch der langsame Tod, also der schlechte Tod ist immer noch, der Reload ist eigentlich nicht schlecht mit den 90 Sekunden. Ja, deswegen, Flugab ist besser geworden, wir kommen knapp auf 4 Kilometer. Aber wir gehen bei 4,3 auf. Yeah. Aber, 61 Kilometer schnell. 61 Kilometer? Was? Nein, 41 Kilometer. 41 Kilometer. Nein, 41 Kilometer schnell sind wir. Wir haben jetzt hier 770 Meter haben wir, komplette Drehung, Rudelstilzeit von 5,7 und ein Tarnband von 9,2. Yeah. Und wie gesagt, nur Abfall von Nebel sind wir knapp auf 4 Kilometer. Wie gesagt, das ist die... Wie gesagt, das ist alle, die die Verportsmattel, das ist alles für ein Paolo Emilio hat. Irgendwie ist das die Paolo Emilio einfach nur in einen DD-Baum reingebracht und dann halt immer nur ein bisschen drauf addiert. Für die einzelnen Stufen. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich nur Work and Progress, aber was eins zu geil ist, bei den ganzen beschissenen Zweig, was das drin ist, das ist wirklich ein beschissener Zweig. Beschissene Reichweite, ey, das geht ja gar nicht. Jeder andere beschissene Zerstörer kann dich einfach... Mit Skills kann man aufwerten und mit Modulen. Du kommst wenigstens halbwegs auf guten Wert. Also ich spiel selten mit Reichweite, Reichweite, Skills und Modulen bei denen zu stören. Ich glaube, mit die Haragume komme ich irgendwas mit 15 Kilometer. Aber mit den geringen Reichweiten kommst du, wenn du mit Skills und Co., glaube ich, auf 12, glaube ich, 12, 5? 12 ungefähr. Ja, ungefähr auf 12 Kilometer. Nur mit Skills und mit Einbauten. Ja, und das... Und der, okay, der Zweig... Für mich ist der Zweig nichts. Ich fahre lieber... Ja, aber... ...reichweite. Ja, das ist schön, aber mit den Tops ist auch cool. Du hast die übelst geile Reichweite. Damage ist für mich okay, das ist fast so wert, was die Deutschen betrifft, aber die Geschwindigkeit ist auch beschissen. Also jeder andere... Das ist die Geschwindigkeit von den neunen deutschen Zerstörer-Waum. Ja, deswegen. Und dazu noch, wir haben vergessen hier, bei den Neuner, wir haben es einen Kilometer jetzt. Mhm. Wir, genau, bei Stufe 8 war es 1-1, bei den anderen ist es jetzt ein Kilometer jetzt. Aber, das ist meine persönliche Meinung, jeder kann sagen, äh, bla bla bla, aber mit den ganzen Werten und Co., du musst so viel reinbuddern und überhaupt halbwegs Reichweite, Tarnung, kannst du eigentlich fast auch in der Tonne treten beinah, um irgendwie halbwegs auf Überleben und auf Reichweite zu gehen, ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, aber ist meine persönliche Meinung, okay, es kann noch sein, die ein bisschen Reichweite noch zu sich bekommen. So mit SAP, wenn die SAP-Kreuz bekommen, ist geil, Reload ist geil, aber der Rest hier, der grobe Vorsatz ist einfach nur Müll. Ist meine persönliche Meinung. Ich frage mich persönlich, was soll ich mit so einem Zerstörer, bitte? Jeder andere Zerstörer kann viel weiter schießen und jeder Zerstörer, wenn keiner auf die Zerstörer auf Talungs geht, macht jeder, depp dich auf, selbst ein beschissenes Russer Zerstörer macht dich ja auch noch auf. Ich weiß nicht, also ist mein komplettes Fazit. Ja, das wird schwierig mit dem, also mit dem Rosenbaum, also ja, der Baum zur Gorsovoi, der deckt dich auf auf jeden Fall, der Baum zur Taschkind, der Baum zur Kavarovsk ist ungefähr gleich, der ist halt beim Neuner, also wie schon gesagt, aus dem Taschkindbaum ist halt mein Lieblingsschiff, äh, aus dem Kavarovskbaum ist halt mein Lieblingsschiff, die Taschkind, die geht halt bei circa neun auf. Und der Neuner hier geht bei 8,8 auf. Dafür habe ich mit meiner Taschkind aber 15 plus Reichweite. Also wenn ich, wenn ich sehe, das ist eigentlich, was ich besetzlich von den Werten sehe, ist das eigentlich ein kompletter Torpedo-Zweig einfach. Nur auf Torpedos, Reload, irgendwie gefühlt irgendwie komplett vergessen, nur für Selbstvertrag, aber das Problem ist ja, du hast einfach zu hohen Tarnwert. Hm, du kannst halt nicht sporten, du fährst halt um den Cap rum und musst dann irgendwie torpen. Ja, das ist irgendwie, du spielst, weißt du, wie, wie, wie Paul Amino einfach, irgendwie Yolo, irgendwie deinen Tops reinballern und das war's einfach. Hm. Ich, ich, ich weiß, ich, ich hab ja Paul Amino nicht, äh, hab ich noch nie gespielt, der Schiff interessiert mich persönlich nicht, aber besetzt von den Zweigen, es gibt welche, die feiern das Schiff, finden das was geil, aber viele, sogar, viele schrecken das einfach, einfach ab, wie in die Reichweite einfach. Hm. Also, es ist so, wie gesagt, als Workbook, als noch VIP, das sind alles noch VIP-Starts noch, es kann sein, die Wargame besser rumschreibt, aber besetzt meine Grund, meine persönliche Meinung, der Schiffzweig würde ich jetzt, so wie es ist, komplett als, wirklich als, als Scheiße abgestempelt. Aber was ist deine Meinung, ist es komplett als Müllzweig oder ist es spielbarer Zweig? Hm, es kommt drauf an, wer dann anders halt spielt, also für mich ist der Zweig nichts, ich sag's jetzt schon mal. Ja, für mich persönlich. Nee, weil ich, ich hab, ich spiel halt meine DDs wirklich auf Kanz und auf Reichweite. Ja, ich hab die halt, ich hab die, ja. Für die, die halt die Paolo Emilio gern haben, für die wird das vielleicht ein bisschen Spaß machen. Ja. Für die, die, äh, auch gern die, ähm, Torpedo DDs fahren und dann halt nicht auf Nebel und so setzen, sondern halt auf ihren Reload-Booster. Also, die, die den Reload-Booster, oder zum Beispiel die Gumo gern fahren mit ihrem, äh, Reload-Booster. Also, die ist das dann vielleicht auch was, weil der, die Gumo kann sich da ja auch nicht wirklich um die Caps falten, sondern muss ja auch eher ringsrum fahren und halt Torpedo, äh, Torpedo schmeißen. Aber ich habe meine Harugumo glaube auf, ich weiß es nicht mehr, glaube auf Reichweite oder auf Tarnung noch irgendwie noch. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine, irgendwas habe ich da eingebaut. Mit Reichweite und Tarnung habe ich irgendwas reingeklatscht. Nee, das letzte Modul habe ich Reichweite und das andere habe ich bis auf Tarnung geskillt. Also Tarnung reingeklatscht und nur geskillt. Ich halbwegs nur irgendwie was machen kann noch. Aber für mich ist da zwei komplett gar nichts. Also die Leute, die mit Palomir richtig klarkommen, Reichweite mit Torps. Wer einen mit die Torps treffen kann, ist gut ein Vorteil. Reichweite ist beschissen. SAP feiere ich übelst geil, besonders bei den Kreuzern. Schlagstöfe kompletter Müll, aber sonst würde ich sagen, eine komplette, ihr könnt euch selber die Meinung bilden. Ich packe der Deskblock ja in den Videobeschreibung. Könnt ihr selber eine Meinung bilden, euch ein ganzes Mal in Ruhe angucken. Aber meine persönliche Meinung, ich halte davon überhaupt gar nichts. Das war erst mal das Video zwischen ethischen D-Ds. Wir stellen noch zwei Präumenschiffe noch vor und da bin ich etwas Begeisterung dabei. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen hoch und eure Meinung zwischen den ethischen D-Ds. Sind für euch die Werte eigentlich kompletter Müll? Oder sagt ihr sagt, ja ist es ganz okay, ich spiele gerne mit Palomir. Dann ist es eure Spielweise, aber für die Großteil von 0 auf 50 Spieler halten davon eigentlich gar nichts. Höchst nur, das ist wirklich ein Zweig, was wirklich für die Hardcore-Einholer-Spieler, was wirklich was geeignet sind. Die normale Spieler, glaube ich, nie anpacken. Und wir sagen, wenn es euch gefallen ist, wünsche euch noch Schönen Tag noch Schönen Tag noch bis das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.